Lisa Eckert, Umama. Gelesen von der Autorin. Erschienen bei Lübe Audio. Prolog. Es mangelt Weißgott nicht an Autoren, die sich an der eigenen Familie vergehen. Das Leben schreibt nämlich die besten Geschichten, sagen die heillosen Naturalisten, wann immer es ihnen an Einfällen fehlt. Besonders die Kaste der Großeltern ist ein beliebtes Sujet vieler schriftelnder Enkel. Und ganz gleichgültig, welche Epoche jede Erzählung von Großeltern hebt stets mit einer schweren Zeit an. Eine Zeit der Entbehrung, des Hungers, der Not, welche zum lichten Horizont blickt, dem Horizont des Enkelglücks. Und von da an wird geschmachtet, dass die Seiten transpirieren. Der Opa hat mir den Weltlauf erklärt, die Oma hat mir was Gutes gekocht. Selbst Thomas Bernhardt, die Großmarketenderin des Schimpfes, welche sich naturgemäß jedes nette Wort verbittet, zerfließt beim Suhlen in Großvaters Spuren das Ressentiment zum Sentiment. Dem gemeinen Leser mag das freilich imponieren, da er für Kunst so taub wie blind stets wahres dem Erdachten vorzieht. Das Leben meiner Großmutter, welches ich hier niederschreibe, hat sich für wahr so zugetragen, wie ich es behaupten werde. Das soll mein Werk jedoch nicht schmälern. Dies ist eine Aufarbeitung, nur nicht die meiner. Es bleibt dem Leser überlassen, ob er diese Biografie als Hommage oder als Rufmord erachtet. Ich vermag der Rob nicht zu Urteil. Wenn ich von meiner Großmutter erzähle, so zeichne ich in jedem Falle keinen von Krieg und Besatzung geprägten, von Ehen enttäuschten, vom altergerechten, tätschelnden, verhätschelnden Archetyp des weisen Ahnen. Nein, Großmutter hat mir die Welt nicht erklärt. Ich erkläre sie dem Leser, anhand des Lebens meiner Großmutter. Großmutter starb kurz nach meiner Geburt. Ich war bereits vier Tage alt, verweigerte aber seit der Entbindung jede selbstständige Körperfunktion. Offenbar sah ich nicht ein, von der ausreichend unwürdigen Existenz eines uteralen Mitessers, sogleich mit der nächsten Unzumutbarkeit des menschlichen Daseins konfrontiert zu werden, jener fortan tagtäglich zu koten, die herrlichsten Speisen zu Stuhl zu entstellen und den Scham zurückgezogen aus meinem Leib zu exorzieren. Ich wollte nicht wahrhaben, dass meine neu gewonnene Würde als Körpereigentümer mit solch einer Abscheulichkeit verbunden sein sollte. Wie könne es dem Mensch gelingen, einst so reinem Geist zu werden, sich den Göttern gleichzumachen und die Gestirne zu Boden zu ringen, wenn er doch metertief durch Dung starkt? Langer Rede kurzer Sinn, ich litt an desaströser Verstopfung. Ich hatte großen Appetit, doch eben solchen Futterneid, der mich sogar dahin trieb, die mir kredenzte Muttermilch selbst verdaut nicht herzugeben. Was in meiner Krippe lag, waren strampelnde Fäkalien, von einer dünnen Schicht Säugling ummantelt. Besorgt, ich könne implodieren, suchte meine Mutter Rat, und zwar bei ihrer eigenen Mutter. Sie eilt zu ihrem Elternhaus und übergibt der Muttermutter ihr kotfassiertes Töchterchen. Meine Großmutter väterlicherseits verspürt exakt in diesem Moment nur wenige Kilometer entfernt einen dumpfen Stich im Herzen. Die Muttermutter schnitzt derweil aus einem Seifenstück ein kleines, kindgerechtes Zäpfchen, welches mir ungeniert und formlos in die streikende Öffnung gesteckt wird. Die Vatermutter stützt sich korchend mit der Hand am Esstisch ab. Die andere presst sie an die Brust. Sie ruft verzweifelt nach dem Gatten. Nach diesem rief sie heute aber leider schon zweimal zuvor, erst als die Eieruhr geklemmt hat und später als der Müllsack voll war. Darum rührt er sich jetzt nicht mehr. Irgendwann muss auch mal Schluss sein, soll das denn ewig so dahin gehen. Sie stelle sich vor, er wäre tot. Sie Witwe und allein zu Hause. Sie muss endlich lernen, auf eigenen Beinen zu stehen. Doch die eigenen Beine haben eben versagt. Das funktioniert nicht, hol es raus, hechelt meine Mutter panisch. Als wäre es nicht schlimm genug, dass ihr Kind voll Exkrement ist. Doch nun steckt ihm auch noch die Seife im Auspuff. Die Muttermutter mahnt bestimmt, sie möge endlich Ruhe geben. Die Vatermutter ist schon ruhig. Ihr fröstelt von dem kalten Schweiß, welcher ihre Bluse trinkt. Ich glaube, da kommt was, stammelt die Mutter und stiert gebannt auf meinen Anus. Und in der Tat, das Seifenzäpfchen lugt bereits verschämt hervor, als hätte es sich umgesehen und wissen nun nicht recht, wie es sagen, dass gerade ihm als Seife, als großer Freund der Sauberkeit und Adepten der Asäpsis dieser Wohnort nicht behage. In Zeitlupe entwindet es sich dem konstipierten Enddarm und ein jeder schien gespannt, ob es die Zeit darin genutzt hat, auch die Fäkalien zu mobilisieren und sie zum Ausgang zu geleiten. Wie Orpheus aus der Unterwelt steigt das blütenweiße Fettstück immer weiter ans Licht. Im Schlepptau hinter sich, so hofft man, die anverdaute Angetraute. Bald kann der kleine, runde Muskel das Stückchen Seife nicht mehr halten. Er lässt es einfach achtlos fallen. Das Tor in den Körper steht weiterhin offen. Der Mund der Mutter ebenso. Der Erwartungsdruck von außen ist größer als der Druck von innen. Das Tor wird wieder zugezogen. Da staunt selbst die Muttermutter. Das soll es jetzt gewesen sein? Die Vatermutter ächzt benommen. Sie ruft abermals um Hilfe. Jetzt wird es dem Garten aber zu bunt. Jetzt zeigt er ihr, wo der Bartel den Most holt. Und wenn sie dann schon einmal dort ist, soll sie auch gleich Bier mitbringen. Er findet sie am Boden liegend, die Augen zu, der Atem flach. Er stupst sie besorgt mit der Fußspitze an. Sie reißt erneut die Augen auf. Und exakt in dem Moment durchbricht nur hundert Meter weiter ein Rambock aus Stuhl die Tore aus der Darmbastion. Na siehst du, lacht die Muttermutter. Auch du, Schwiegertochter, flucht die Vatermutter. Schnaubend rappelt sie sich auf. Das wird sie nimmer mehr verzeihen. Das Enkel zur eigenen Mutter zu bringen, statt zu ihr, der Schwiegermutter, die sie bereits seit zwei Jahren kennt. Pechschwarzer Tee erquillt aus dem Säugling. Die Mutter würgt vor Ekel und Glückseligkeit. Die Muttermutter putzt mich ab und legt mir neue Windeln an. Als Mutter hat sie sich bislang noch nicht sonderlich hervorgetan. Sie war eine Matriarchin. Und die sind bekanntlich weniger damit beschäftigt, die Tränen ihrer Kinder zu trocknen, denn ihre Gatten zum Weinen zu bringen. Doch das soll nun vergessen sein. Was ihr als Mutter auch misslang, wird ihr als Großmutter gelingen. Die Muttermutter wiegt mich im Arm. Wenn das nächste Mal was ist, kommst du einfach wieder direkt zu mir. Drei Tage später war sie tot. Verunglückt bei einem Fahrradunfall. Beziehungsweise einem Autounfall. Beide Fahrzeuge waren verwickelt und ich weiß nicht, welchem der zwei man im Falle eines Unfalls bei der Bezeichnung Vorrang gibt. Das Auto gab ihn jedenfalls nicht. Das räumte das Fahrrad, auf dem die Muttermutter saß, einfach anstandslos von der Fahrbahn. Das ist ja schrecklich, wehklagt die Vatermutter lauthals. Und das nur eine Woche, nachdem sie Großmutter wurde. Schrecklich, ist das schrecklich. Sie nimmt meine Mutter lang in den Arm und blickt über ihre Schulter zu mir, die ich weit davon entfernt bin, irgendetwas zu verstehen. Ich bin froh, mich an ihr lächeln, dass sie mir damals heimlich zuwarf, nicht mehr zu erinnern. Sie löst die innige Umarmung mit meiner frisch verwaisten Mutter und deklariert ihr feierlich, das bekommen wir schon hin, dann ist die Lisa halt bei mir. Und du, du darfst mich Mutter nennen. Der Lenker des Autos beging übrigens Fahrerflucht. Man fand bis heute nicht heraus, wer ihren Tod verantwortet hatte. Großmutter, das heißt die Vatermutter, welche wir von hier an nur mehr Großmutter nennen, als hätte es nie eine andere gegeben, hat für den Tag kein Alibi. Aber natürlich war es nicht sie, die den Unfallwagen lenkte. Natürlich war es ein anderer, der ihr diesen Traum erfüllte. Natürlich ärgerte es sie auch, wie schmählich einfach es sich zudrug. So wollte sie dann doch nicht siegen. Sie wollte lieber über Jahre hinweg bei allen Festen demonstrieren, wer hier die wahre Großmutter ist. Sie wollte ein K.O. in der siebzigsten Runde und keinen Herzinfarkt beim Einmarsch. Ich sprach sie einmal darauf an, wie es wohl gewesen wäre, hätte sie mich teilen müssen. Das konnte sie sich gar nicht vorstellen. Wo warst du denn, als es passierte? Fast alle Enkel dieser Welt berichten von zwei Großmüttern, die sich von Grund auf unterscheiden. Einer guten und einer bösen. Ich werde niemals wirklich wissen, welche von beiden am Straßenrand starb. Dass jeder Mensch zwei Großmütter hat, ist kein geringeres Übel, denn die fatalste Doppelbesetzung der Natur. Die Liebe der Großmutter für ihre Enkel ist unteilbar und absolut. Sie duldet keinen Nebenbuhler. Sie erträgt keinen anderen Titel als den der einzig wahren Oma. Solange aber ihre zwei sind, werden beide, wohl oder übel, mit scheußlichen Attributen bedacht. Dann spricht man von der Papa-Oma oder von der Krazer-Oma oder von der Radi-Oma, die immerzu nach Rettig stinkt. Eine notwendige Spezifizierung, die jeder Großmutter ein Gräuel ist. Nach der Niederkunft entspinnt sich deswegen stets ein grausames Ringen um die Vorherrschaft. Bereits im Kreißsaal raufen die beiden um das frisch geworfene Menschlein wie welke Weiber um den Brautstrauß. Wer darf es als erste halten? Das erschöpfte Muttertier liegt fernab des Kreidekreises und muss ohnmächtig mit ansehen, wie sich zwei totgeweihte Damen... ... ... ... ... ...